Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Voyage Video von mir. Ich habe mein Windows geupdatet und dann hat mir die ganze OBS Einstellung irgendwie in die Suppe gespuckt. Und somit habe ich eine Gameplay Aufnahme ohne Mikroaufnahme und ohne Spielton. Das heißt, ich mache das jetzt so und mache irgendwas ganz was Neues. Ich spiele euch jetzt einfach Musik ein und ihr könnt das ganze Video jetzt einmal ohne meine Stimme genießen und mit ein bisschen Musik. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Dann viel Spaß mit dem Video und natürlich Like, Abo und Comments nicht vergessen. Wird mich sehr helfen und sehr freuen. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 wash'tANT Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017